So, hoffen wir mal, dass es jetzt klappt mit dem Livestream. Über deine Seite oder wie oder was? Da ist der Rap, wer nicht kennt Speedride und wir sind hier in Frankreich, in Frankreich wie wir es so schön immer behaupten sagen und wir haben jetzt mal geguckt in Frankreich oder mehr. Hier ist irgendwie alles normal, also Abstände sieht man ja, ist da, aber ein Meter. Und einen halben Meter bei manchen. Ja, das Konzept hier ist eigentlich relativ gut gelöst. Natürlich auch mit Desinfektionsspendern. Und was man mal ganz gut behaupten muss, eine Mund- und Nasenschutzbedeckung ist nicht. Das sieht ja dann wieder in Deutschland ganz anders aus. So wie das Konzept in Fandomio. Also ich habe vor, mit meinen Akkus alle fit zu machen, mache ich einen Vlog heute. So, jetzt sieht man mich auch mal. Hier ist der Rap und Stefan Verrider. Na gut, ich heiße auf Facebook anders. Riesenbaby. Ja, oder Riesenbaby. So, Herr Rap, was haben Sie denn vorzufahren? Ja. Na gut, nur die Mitarbeiter am Mund- und Nasenschutz. Thomas, ich würde sagen, ich mache ein Off-Ride. Hebe mal. Hebe mal. Oh, ich darf heben euch. Heute darf er mal schieben. Hoppa. Hat keiner da. Ja. Hier ist gar nichts los. Mundschutz. Nichts los. Kann man einfach mal rein. Kannst du da mitnehmen. Was? Mit Non-Ride-Film. Na, dann macht der Marcel. GoPro jetzt fertig. Wie? Warum nicht der? Ach so. Hallo. Meinst du? Warum denn so wie in Deutschland-Slam? Ah, fast morgen. Alles klar. Hallo. Das ist echt Welten. Wir sind seit 16 Uhr hier. Es war noch gehende Leere. Aber seit 8 Uhr. Schlagartig voll geworden. Ja, wird wahrscheinlich noch voller. Abstand braucht man hier nicht. Abstand nix. 1 Meter nur. Aber selbst das wird jetzt gemacht. Der ASL war auch. Du willst eigentlich filmen und du willst so. Ja, das willst du weiter machen. Ja. Mach mal Michel Cola. Thomas. Ich würde sagen, du fährst. Ich mach Off-Ride. Ich zoome mir noch eine Perspektive, würde ich sagen. Wie lange bleiben wir? Beide Ahnung. Bis zum Nachts. Also bis zum schönen Feeling gibt. Nacht Feeling, genau. Thomas. Ich mach mal einen Ausflug. Bis gleich. Wo treffen wir uns? Thomas. Thomas. Ich soll rumlaufen. Ich lauf rum. Wo treffen wir uns dann? Läufst mit? Beide Ahnung. Müssen wir uns beeilen. Komm. Jetzt ist es mal am Anfang wieder. Du, also ich finde, ich glaube, das was es hier in eng Frankreich gibt, teilweise, wird man in Deutschland nie machen. Ab und, es gibt Losboden hier, da kannst du ein Auto gewinnen. Und mit scharfer Munition auch schießen. Und mit scharfer Munition schießen. Das wird es in Deutschland nie geben. Ich glaube, da können wir noch mal hinlaufen, oder? Boah, bist du dein Zimmer? Ah, ja, ja. Thomas. Schreib mal. Hier, der Musikexpress. Raupenbahn. Äh, Raupenbahn. Sorry. Das Riesenrad. Das Riesenrad. Eine... Ein... Wie heißt der Kram? Ein Wurm. Ein Wurm. Big Apple, wie er hier genannt wird. Hier gibt es zwei Würmer. Hier gibt es sogar zwei von den Anlagen. Und drei Laufgeschäfte. Beziehungsweise vier mit einem Glaskabinett. Zwei Geisterbahnen. Jede Menge ehemalige deutschen Fahrgeschäften. Ja. Was weißt du für Musik? Ja. 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 Ich glaube, was man hier sieht, ist es hier. Da können sich die Deutschen mal eine ganz große Scheibe abschneiden, was hier möglich ist. Große Einschauen wird erlaubt, ja. Genau. Da gibt es Küste. Es gab, wir hatten vorhin keine Eingangskontrollen. Nö. Nö. Ist meine Tasche zu? Ja. Okay. Du bist da. Du gehst jetzt dazu, dass du schwachst. Ruf mal meinen Papa an. Ruf mal meinen Papa an, weil er mich anruft. Ja, der hat ja auch deine. Ja, Abstandsmarkierungen teilweise bei den Geschäften. Wie bald drin. Oder schreibt den Perfait zug пожiffern. 1. 1. 6 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. Ok Hier kann man ernsthaft Motorräder gewinnen und Eipel und alles Du hast ihn auf Facebook Du hast ihn auf Facebook Hier sieht man das mit dem Abstand Aber das mit der Maske wird eigentlich nicht gemacht Hier geht es mit dem Abstand ich weiß nicht ob es ist zumindest hier aber hier ist das geschäft eingezäunt aber ich weiß nicht ob das normal auch so ist warum werde ich jetzt angerufen wir fanden das eigentlich auch so ein bisschen traurig dass das hier alles noch ganz normal möglich ist ja wir sind ja auch einfach so mal hier gefahren spontan das ist sozusagen hier fast das teuerste nein die kugel kostet mehr also ich denke schon jetzt 10 euro bei uns kostet der hotshot 15 euro ja 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 Thomas 13 Da fehlt eine Schrift Thomas, Thomas, dreh mal auf. Hier der Booster, aber hier auch, doch hier sind auch Abstandsmarkierungen. So ist der Breakdance nicht eingezäunt oder eingezäunt und der Breakdance ist auch nicht eingezäunt. Ja, das ist gut Besuch. Wir waren auch überrascht. Aber was man auch so langsam bei unserer deutschen Politik sagen kann, dass wir jetzt angeblich so viele Neuinfektionen haben und am Vortag waren es ja viel weniger. Das sind so langsam für mich Fake News, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, es haben ja auch ab und zu, also von der Demo in Berlin, haben alle von, ab und zu von allen Leuten, die das geteilt haben, 300 Fahrzeuge geschrieben. Das ist, das ist, ja, findet man keine Worte zu. Ah, der Tacker da ist offen, glaube ich. Oh, der ist schon offen. Wir Patronen liegen hier halt rum. Und die zweite Geisterbahn. Alter. Abstand regeln, ja. Finanzweige. Appräschen. 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 Hier. Distanz. 1 Meter. 1 Meter. Thomas, du willst mir heute erzählen, hier kann man Goldfische gewinnen, hier kann man echte Fische gewinnen. Hier der Topscan, und hier der zweite Wurm. Das ist der Pizza. Das ist ein Park, das ist eine ganz normale Kirmes. Wir sind ja auch hier in Frankreich und nicht in Deutschland. Thomas, 19 Leute, läuft besser als die Streams bei Twitch. Thomas, du bist neidisch. Der Park ist außergewöhnlich. Der Park ist auch sehr künstlich. Wir sind ja nicht auf Frankreich, das muss man ja auch sagen. Wir haben einen Euro in den Automaten geschmissen. Wir haben gedacht, der läuft drei Stunden. Und jetzt läuft das Digit einfach zwei Tage. Das ist jetzt in Straßburg. Wie heißen die Kirmes hier eigentlich? Boah, keine Ahnung. Wir sind einfach herge... Oh. Ja, scharfe Munition. Scharfe Munition. Ich glaube, wenn man das in Deutschland machen würde, dann wäre Panik ausgebrochen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, der Fall kommt, ist ja mit Naudo gewinnen. Das sollte man theoretisch einfach mal den Politikern zeigen bei uns in Deutschland. Vor allem sind ja die deutsche Politiker, die will fast so dicken, ne? Ja. Bei sowas waren es so viele Palle. Scheiße. Pocken. 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 Schlimmste, aber es gibt es. Es könnte nie ein Korolla geben. Pocken. 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 Wir sind noch nicht draus. Wir sind noch nicht drausen. Wir drehen dann nach vorne wieder um und gehen wieder zurück. Und vielleicht tun wir FN2OL bei dir auf der Facebook-Seite auch mal streamen. Ach so. Ich bin nicht immer im Team. Aber ich muss jetzt mal erst mal on-ride ein Video auf. Ich habe den Fennert angerufen. Dann zurück. Oh, das ist jetzt scharfe Musik. Das war. Jo, hallo. Ja, hier. Ja, die Kulturschaft hier. Wir haben hier denken uns schon die ganze Zeit. Ich glaube, irgendwann besteht vielleicht hier in Frankreich auch ganz viele deutsche Schausteller. Kannst du dich wundern, wenn der Marcel an mir geht und anruft. Papa, kannst du es abholen? Ich habe mich bei dir das. Was? Thomas, schickt uns vielmals stattdessen. Er hat mich gerade angeschrieben. Ja, aber ich habe es dann gelesen, weil ich über WhatsApp hat er mich angeschrieben. Kannst du deinen Stream teilen? Hier, ein Meter. Warte mal, über welchen streamst du? Funfail Rider. Ja. Ach so. Äh, nee. Okay, man sagt, äh. Ja. Du musst deine Facebook-Seite auch mal ändern, ne? Das geht nicht. Aber ich glaube, es wird halt irgendwann mal sein, denke ich jetzt mal. Aber hoffen wir mal, dass es in Deutschland bald wieder losgeht. Vor allem, was wir auch so ein bisschen beobachtet haben. Entenangeln, die kann man sogar Fische gewinnen. Echte Fische. Thomas? Ja? Die Fische kann man kaufen für 5 Euro. Papa, soll ich für unsere Aquarin ein paar Fische mitbringen? Ja, ich bin öfters. Jeder hat mir echt gut. Blöckst du brakst. Nichts. Haha. Haha. Hast du dran. Allez, es geht alles nochmal. Du dran, du dran. Fabian hat? Gut. Gut. Das war gut. Du dran. Du dran. Du dran. Du dran. Das ist auch groß. Wir sind wieder, oder? Ich kann immer überall teilen. Ja, jetzt können wir wieder umdrehen. Ja. Müssen wir wieder. Also, ich soll den Fisch mitbringen. Das kann ich machen. Ja, Fisch. Dann nehmen wir nachher einen mit. Goldfisch. Zwei Goldfische. Einer. 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 Einen ganzen bringe ich fürs Aquarium mit. Das können wir machen. Kannst du schnell fahren. Musst du mitnehmen? Kannst du vorsichtig fahren, Thomas. Nein, das sieht schon fertig aus. Nee, nee. Hä? Lass dich verdienen. Eine Distance ist drin. Hä? Eine Distance ist drin. Ja, das ist unglaublich, dass es hier einfach so alles ganz einfach geht. Wir hätten jetzt von der Fahrt auch schon nach Frankreich gedacht. Haben wir drüber geredet? Habe ich so zum Thomas gesagt? Thomas? Nein. Denkst du, wir haben hier Mund- und Masenpflicht? Aber man sieht, wir haben hier nichts. Ab und zu sieht man welche. Aber ich glaube, die machen das freiwillig. Also wenn man hierher kommen will, sollte man zwar seine Maske mitnehmen, aber... Genau. Desinfizieren, in den Ellenbogen. Pusten. Ja. Feuchtiger nutzen. Masken. Guten Tag. Nicht klangen. Noch ein Meter Abstand? Ein Meter. Und nicht jedenfalls? Ein Meter fünfzig in Deutschland und hier ein Meter. Und jetzt wissen wir auch, wie der Kram hier heißt. Ja, vorsichtig. Ja. Ja, das finden wir auch. Deswegen haben wir uns ja überlegt, dass wir später auch nicht nur hier bei Marcel streamen, sondern auch Flocken machen. Denn der macht sehr motiviert. Und ich auch. Du! Ich sag mal so, wir machen es mal wie Uli. Ja, wir haben doch früher auch mit dem Mann einmal Messen, mal direkt gleich. Genau. Da muss ich meine Stimme wieder rausholen. Genau. Da muss ich meine Stimme wieder rausholen. Mit iPad. Ja. Hier. Das ist schon krass. Weißt du eigentlich, wie das hier mit der Corona-Krise war in Deutschland? Äh, in Frankreich? Nein. Ob die das hier auch so hatten wie wir? Ja. 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 Aber das Film läuft flüssig. Ich hab jetzt gedacht, der leckt mehr, weil wir ja im Ausland sind. Ich hab jetzt keine AirPods. Nein ich habe keine AirPods. Warum? Da kam gerade bei iPhone die Benachrichtigung. Sind das deine AirPods? Jetzt kann man hier wieder das Auto gewinnen. Oh, hier riecht man das voll. Hier der Fiat. Vielleicht wird wieder scharf geschossen. Jetzt wird wieder scharf geschossen. Ich glaube, ich stehe hier ein bisschen blöd. Ja, das wird ein bisschen teuer mit dem Gewinn, glaube ich. Das wird es nicht in Deutschland geben, was es hier gibt. Das sind hier andere Welten. Ja, aber... Thomas, weißt du, was Steppe sagen wird? Können wir die mal an dir austesten? Wir machen hier nur Spaß. Jetzt geht es wieder ab. Dann machen wir Schluss, weil ihr müsstet noch filmen, filmen, filmen. Denkst du, die fahren alle hoch? Also ich sag mal so, der Bus wird jetzt nicht hochfahren, aber das wäre ein bisschen unrealistisch. Das ist in Frankreich, in Straßburg. Wir sagen, es ist jetzt immer schon, hier ist die Welt noch normal. Sieben von zwanzig. Sieben von dem Wiesel. Alter, wollte ich den Zögern. Scheiße. Scheiße. Schau, schau, schau. Ich wollte gerade sagen, es ist Uli. Sie sahen ein bisschen aus wie Uli. Sophie Müller guckt zu. Es ist... Hier ist die Welt noch normal. Hier denkt noch jeder normal. und nenn prix- poco extra zu. Und nicht schön軒. Hier ist euer Zeit. Hier denke ich mir. Ich habe es in einer ein paar Sekunden rappelt. Ich habe es jetzt mal dabei. das ist hier brutal finden wir es ich glaube wir müssen einen bericht machen pascal falls du zuguckst mach einen screenshot und schreib was es ist Kommt! Super! Kommt! 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 Hat er was geschrieben? Nein, ich habe aber in den Posten. Hat er es gelesen? Ja. Ich habe es gelesen. Das war's, das war's. Ich war gerade abgelenkt, weil ich bei dir hingeguckt habe. Das war's, das war's, das war's, das war's. 31. So, das Problem ist, wir verstehen die nicht und wissen, wann es losgeht. Das ist in Luxemburg. Hier ist die Welt noch normal. Abstand wird ab und zu eingehalten von einem Meter. Aber Mund- und Nasenschutz, Federanzeige. Ich glaube, die würden mich nicht verstehen, wenn ich das jetzt machen würde. So, ich würde sagen, wir laufen mal zum Brecker. Was machst du? Thomas, du musst es durch die Kirbis-Fan-Gruppen teilen. Dann geht's ab. Ich will gerade probieren. Ich mag das, wenn da 100 Leute hier sitzen. Ja, gehen wir ab. Ja, gehen wir ab. Ja, gehen wir ab. Ah, guck mal. Das kann man auch mal zeigen. Das kann man auch mal zeigen. Ganz normalen Festzelt. Das wäre in Deutschland nicht erlaubt. Das kann man jetzt aber an der Stelle sagen. Das ist in Straßburg. in Frankreich. Aber das, was hier ist, dass man in den Dingern hier stehen kann, man ist nicht gesichert. Das gibt's auch nur in Frankreich. Das ist in Straßburg. Das ist in Straßburg. Das ist in Straßburg. Das ist in Straßburg. Also wir nennen den Breaker den Deckertanz 2.0. Das war's für heute. Thomas, Hensau Tomas! Tomas! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir machen jetzt für euch noch Fotos und ihr werdet es auf meiner Seite sehen. Der Thomas, wir machen nachher noch einen Vlog, habe ich gehört, wenn die Akkus mithalten, wir haben genug Powerbanks dabei, also der hier jetzt nicht, aber es gibt verschiedene Fahrgeschäfte, wo schon, wie sage ich, gerne Konzept da stehen, es wird bloß nicht eingehalten. Das ist das Krasse, was wir hier ein bisschen finden, dass es sich so ernst genommen wird, aber da kann man schon wirklich was den Deutschen zeigen. Aber wir müssen jetzt leider noch ein paar Videos machen und eventuell tun wir später nochmal streamen und wir hoffen, euch hat der Stream ein bisschen gefallen. Thomas, das sagst du auch? Bis später, wir sehen uns. Bis später, wir sehen uns.